hallo und willkommen zurück bei city skylines letztes mal haben wir ein bisschen den verkehr glaube ich geregelt und ich muss sagen ich bin eigentlich ganz zufrieden wie sich das hier so verhält nicht so überfüllt ja hier so ein bisschen aber das legt sich alles hier hatte sich auch eigentlich auch ganz gut gemacht also auch nicht mehr ganz so staug wie vorher hier ist natürlich einiges los einkaufspassage und so jetzt dauert sich hier ein wenig weil die alle hier in der stadt wollen da muss ich aber auch noch mal eine andere straße eigentlich hinbauen und ich wollte noch hier diese straße mal eben verlängern damit wir die auch mal ein bisschen länger haben so größer machen ziehen wir mal die bis dahin so so und dann können wir die nämlich eigentlich da wieder anschließen lassen und dann hatte ich noch vor von denen hier die hier alle hier rumeiern da könnte ich dann wahrscheinlich auch besser ein kreiswerk hier hinbauen ich baue erstmal so eine straße da hin so jetzt ziehen wir einmal ganz lang und die lassen wir dann da wieder reingehen schauen wir uns doch mal an wie es hier so vonstatten geht ich glaube da muss ich eben pausieren wenn man die autobahn mal aus und dann heißen wir von denen wieder ein paar stücke ab damit das da auch besser verläuft wie ist denn wir die da an und ich würde sagen wir bauen hier auch noch eine straße an dann können die da nämlich auch hinfahren da abfahren und man könnte natürlich auch noch hier hingehen und eine abliegespur machen dass die dann hier rumfahren können aber das warten wir noch mal ab ich sollte am besten nur hingehen und hier schon mal so ein kreisverkehr hin holen dann nehmen wir dann einen großen hier sind sie da dann nehmen wir einen großen kreisverkehr reißen dann jeden ganzen kram mal so weit eben ab packen wir hier so einen großen hin dann packen wir mal hier so einen großen hin weil dann natürlich wieder nichts gefällt wegen dem gefälle da gehts dann bauen wir das halt da hin ja egal So hier Das weg Und dann nehmen wir wieder so Bromstraßen hier Ein bisschen eierig Aber ist eigentlich auch egal Also Gepfelle wieder zu steil Dann reißen wir das auch nochmal ab hier So Und den da hin So jetzt gehen wir nochmal auf Ampeln Die sind eh ausgeschaltet Was auch ganz gut ist So eh man nachgucken wie jemand da hier gemacht hat Aus 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 Ich dulde keine Ampeln So wollen wir mal sehen was wir jetzt machen Achso Beobachten wir das mal eben Ob sie dann auch vernünftig so durchfahren Wie ich das so geplant habe Ja läuft ja schon ganz gut Im Moment Die fahren alle schön da durch Wenn sie denn mal durchfahren Noch stoppen sie ein wenig Aber dass wir gleich durchgehen Jetzt zum Beispiel Jetzt ist der Verkehrsfluss wieder gut Gut Ja aber eigentlich ein Kreisverkehr Ja ist halt ein Kreis Und dann geht es halt nach Norden, Süden, Westen und Osten Einmal ab Wenn man dann noch mehr Straßen zwischen baut Dann hat man halt das Problem Dass es sich im Kreisverkehr staut Weil man halt so viele Straßen noch dazu hat Wo dann welche herkommen oder hin wollen Wodurch natürlich dann welche anhalten Und das verursacht meistens Staus Also das habe ich zumindest mal so gemerkt Und was ich auch noch machen wollte Und das letzte war von hier noch eine Brücke drüber herziehen Das können wir auch mal eben machen So Jetzt habe ich da irgendeinen Strom unterbrochen Das war nicht sehr gesund Das war doch gerade grün So So Kriegen die auch wieder Strom Weil hat ja nichts wenn ähm Ne Das Ding kein Strom kriegt Dann kommt da natürlich keiner an So Dann machen wir nochmal ein paar Wohngebiete Wo ja auch nicht wirklich welche hinziehen wollen Und ich könnte auch mal hingehen Und hier schon mal so ein paar kleine Straßen reinziehen Von hier so 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 Ja er hat wieder äh Natürlich So hier ziehen wir direkt die Straße durch Können die da hin Ich habe wieder ein paar blöde Ampeln da angeschaltet Ey Unglaublich Ich will keine Ampeln Was sieht Ampeln aus Wenn ich eine Ampel will dann sage ich das Ob das klar ist Ob das klar ist Dann kann ich nämlich hier auch noch ein paar Wohngebiete hinpflanzen So Auch normal besiedeltes Kein dichtes Die Dichten die kann man nachher immer noch aufwerten So So Jetzt ziehen wir auch noch mal was durch Das machen wir auch noch mal grün Also Gebäude habe ich genug zur Verfügung Was haben wir denn 87.000 Und kommen wieder mehr Leute rein Das ist auch sehr schön Jeder Verkehr hat sich auch ein bisschen belegt Äh gelegt Dafür ist hier aber wieder mehr Ja Ja Wie können wir das denn hier mal regeln Wieso fahren die nicht wieder zurück Sind die doof Wollen denn die alle hin Ich glaube ich muss hier auch so einen kleinen Kreisel hin machen So die Frage wo die hier überall hin wollen Und was ist hier los Hier muss ein Kreisel hin Aber das ist sowas von sicher Das Dinge mal umziehen lassen Dahin Dann reißen wir hier so Dinger ab Pause Dann Ne ist das falsche Den muss ich haben Klein Rondel Ähm City Modul Was ist Small Green Irgendwas Ne ist auch nichts Wandert Hier Industrie Grid Autobahn Kreisel Abfahrt Auch nicht Irgendwo mal hier so ein roundabout Hier vielleicht Ne Hier Very best roundabout Ich habe eine Einbahnstraße Ne ist nur eine Doppelte Ok Dann können wir die ja Erstmal muss ich hier wieder Die Hauptanschlüsse beseitigen So So Dann hier noch einen Der will wieder nicht So will er Ja So Mal weiter gucken Moment Ampeln Hat er nicht gemacht Das ist Schön Mal sehen wie sich dann jetzt hier zusammenbraut Ach ja Schöne alte Musik Weiß jetzt gar nicht wovon Weiß jetzt gar nicht wovon Ja und äh Lädt sich das jetzt ein bisschen Immer noch nicht so wirklich Ja Vielleicht muss ich die Strasse updaten Boah Mach mal größer Musik Muss die Ampel natürlich aus Musik 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 Und fahren Musik Ja ich glaube ich muss hier eine Einbahnstraße vormachen Musik Machen wir auch mal eben Musik So So Da könnt ihr nur in die Richtung fahren Musik Die können da in beiden Richtungen Die können hier nur nach oben Und dann müssen sie halt hier rum Musik Je nachdem wo sie hin wollen Weiß ich jetzt auch nicht so genau Musik Aber da habe ich wenigstens die Chance dass hier Ein bisschen was freier wird Jetzt muss ich nur noch sehen Ob ich das hier noch geregelt krieg Musik Mal hier so viele abfahren Musik Wo ich auch nicht wirklich weiß wo die wieder hinwollen Musik Ja sonst muss ich hier nämlich noch ein äh Auch noch ein Kreis reinbauen Ich glaube das können wir auch mal besser machen Es tut mir leid aber ich muss hier äh Leider mal was abbrechen Ähm Das Ding muss ich versetzen Und dann roundabout Nehmen wir einen kleineren Wo ist das Ding da Ich meine der ist ja auch nicht schlecht aber Ähm Auch ein bisschen klein Nehm ich lieber so einen hier Weil der immer noch nicht passt Warum nicht So passt er aber So jetzt muss ich noch ein paar Feinheiten hier weg machen Musik So ein paar Feinheiten weggemacht Jetzt kann ich hingehen und hier ähm Ne nicht updaten Straßen durchziehen Das Ding hier kann weg Hat keinen Sinn mehr Ist auch noch eine Straße Ist auch noch eine Straße Die reißen wir auch mal weg So und dann haben wir Ähm Je nach so ne Können wir mal so dahin flanschen Ja und der Rest ist doch eigentlich ok soweit ne Gucken wir mal Gucken ob er irgendwelche Ampeln gebaut hat Da da einigen gesetzt Und da da einigen gemacht Und dann machen wir direkt wieder die Gebäude dahin Dichtes So nochmal drüber her Alles seine Richtigkeit hat hier Hier dann auch nochmal So und go Ich hoffe sie kriegen es jetzt geregelt Sonst muss ich die Straße auch noch größer machen Das ist eh wieder so mini roundabout Äh Wieso da geht es nämlich schon wieder los Jetzt bleiben die nämlich hier stehen Ach immer der gleiche Updaten Und die wieder Hinterher So Und dann wieder die Ampeln aus Und dann mal gucken Ob das denn jetzt vernünftig funktioniert Da stehen sie immer noch Wir sollen mal fahren da Sonst machen wir ganz einfach Reißen wir mal die Straße hier ab Und fertig Müssen sie mal hier rum fahren So So einfach geht das Wenn sie meinen sie müssen jetzt hier alle hier alles versperren Nee Das will ich nicht Ist ja schön ab sie hier hin wollen Aber die müssen wir nicht die ganze Straße hier zumachen Äh So wie hier Jetzt fangen wir erstmal alle da rum Bis sie merken das da nichts ist Das fangen ja auch alle da rum Wieso fährt nicht mal einer hier rum Sind die so dumm Ja vielleicht kriegen sie noch mal geschissen Hier auch wieder Jetzt fahren sie alle hier ab Was sie da hin wollen Dann sollen sie doch Äh Moment Einbahnstraße Einmal hier Einmal da hin Ampeln Aus Und fertig Könnt ihr jetzt auch hier abfahren Ähm Nur da müsst ihr das auch tun Kommt da nämlich auch dahin Aber das hat noch keiner begriffen glaube ich 88.000 Tendenz steigend Wenn auch nicht ganz so viele Fahren denn hier schon welche rum? Da fahren auch schon ein paar rum Da fahren auch schon ein paar rum Ah Muss mal wieder durchhusten hier Mh Echt schon seit Tagen Eben Schluck trinken So Und damit ähm Beende ich die Folge auch mal wieder Ah Meine Fresse eh Ich würde dann sagen Wir sehen uns dann wieder bei der nächsten Folge Bei City Skylines Und dann sehen wir mal weiter Also bis dahin Tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal